Okay, noch was, das kennt ihr auch immer und das wollt ihr auch immer haben, das ist das Thema Spiele und diese ganzen Spaß- und Beschäftigungssachen für Viewer. Okay, da kann man natürlich erstmal sagen, ich möchte klassisch eine kleine Wette machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt spielen zwei Mannschaften oder wer gewinnt A, B oder C. Du kannst auf den oder den oder den wetten. Wenn du jetzt sagst, okay, ich wette hier auf den Ersten, was setze ich dann, was kriege ich da für eine Auszahlung, wer gewinnt. Also ich spiele FIFA und da sind zwei Leute, die spielen jetzt gegeneinander. Jetzt kannst du sagen, ja, was meint ihr denn, wer gewinnt denn von denen? Und dann kannst du halt sagen, oh, die Chancen stehen aber 1 zu 10 oder 1 zu 20 für Team A oder Team B. Team B. Okay, so, dann könnt ihr jetzt da zwei quasi ein Spiel machen, wetten. Wenn dann das und das gewonnen hat, dann kann man sagen, oh, kriegt er eine Auszahlung. Zum Beispiel, das läuft jetzt zwei Minuten. Könnt ihr euch in der Hilfe, wie seid, angucken, wie man das vielleicht interessanterweise macht. Oder ich gehe da in meinen Punkte für Streamer-Spezial-Video zu ein, aber jetzt nicht in diesem Tutorial zum D-Bot. Minigames, ja, das kennt ihr auch. Irgendwann kann so ein Banküberfall planen, ja, so ein Bank-Heist machen. Kann man, wie gesagt, so ein Track-Race machen. Das kann man auch auf dem Stream anzeigen lassen. Und es gibt so Leute, die so ein Arena-Spiel spielen wollen. Denn ihr könnt hier, das hatte ich vorhin erklärt, diese ganzen Texte, wenn ihr wieder auf das Zahnrad drückt, alle anpassen. Ihr könnt die Texte hier hinschreiben. Ihr könnt sagen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass man was bekommt? Mit welchen Multiplikatoren? Wie soll da was heißen? Ihr könnt hier alles einstellen. Alles, was es gibt, kann man hier einstellen. Ihr müsst nur auf eine Sache immer aufpassen. Und zwar das, was immer zwischen diesen Ad-Zeichen steht. Dass das bitte da drin bleibt, sonst geht das nicht mehr. Also ihr könnt hier einen Text ändern, aber achtet darauf, dass diese Wildcards, diese Platzhalter hier noch da drin sind. Und ihr könnt das eben auch nicht Bank-Heist nennen, sondern, weiß ich nicht, Banküberfall oder Einbruch oder einen Raub machen. Oder wie ihr das nennen möchtet. Das ist euch freigestellt, wie das eure Sprache, eure Kultur eben möchte. Ihr könnt eine Umfrage machen, ein Poll. Das kennt man auch. Dann soll man sagen, okay, wir Umfrage. Welches Video als nächstes? D-Bot, Anc-Bot, Night-Bot. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, eine Umfrage teilzunehmen, kostet Geld, kostet kein Geld. Wann ist das beendet? Wenn man irgendwie ein Ziel definiert. Wenn D-Bot 50 Stimmen hat, dann machen wir das. Dann endet das. Oder wenn 50 Leute insgesamt abgestimmt haben bei dem Target. Und wie viele Votes kann man machen? Kann man mehrfach abstimmen? Ja, nein oder so. Dann kann ich sagen, okay, wir starten das ganze Spielchen hier. Und dann können wir jetzt einen Start machen. Dann müsst ihr jetzt quasi sagen, was von diesen Polls möchte ich machen? Dann ist hier erklärt, Ausrufungszeichen. Und dann musst du zum Beispiel sagen, Ausrufungszeichen, Vote. Und die 1 machen. Dann kommt D-Bot. Das könnte ich mir sogar per Greenscreen hier auch wieder anzeigen lassen. Wenn ich das Capture, dann gibt es eine grafische Anzeige. Wer es uns DrawPol benutzt oder sowas, der kennt das Spiel. Dann wird man hier einfach das Fenster öffnen. Kann man machen. Könnt ihr auch mitspielen. Hat leider keiner teilgenommen. Der Gewinner ist der erste, der D-Bot. Weil der stand als erstes an der Stelle. Du bist ein sehr interaktiver Streamer und möchtest jetzt gegen deine Zuschauer spielen. Dann kannst du über diese Funktion eine Schlange bilden. Die stehen jetzt an und sagen, jeder der hier ansteht, der kann jetzt gegen mich spielen. Dann geht das quasi der Reihe nach. Kann man auch machen. Jeder der sich hier beworben hat, der steht hier drin. Ich nenne das jetzt FIFA. Wer kann mitmachen? Jeder kann mitmachen. Aber dafür muss man 50 Punkte bezahlen. Und es können maximal vier Leute sich in die Schlange stellen. Und ich nenne das jetzt, weil sie nicht mitmachen oder so. Könnt ihr das dann nennen. Und jemand, der jetzt hier in die Reihe das schreibt. Ich habe nicht genug Thaler. Was ist das denn? Betrug hier. Ihr könnt jetzt hier mitmachen und sich hier reinstellen. Dann könnte man ihnen sagen, okay, du spielst jetzt als nächstes gegen mich. So könnte man das zum Beispiel machen. Das ist das Prinzip hinter. Quotes ist, wenn ihr irgendwie einen lustigen Spruch macht oder eine lustige Szene hattet, dann könnt ihr hiermit quasi Zitate speichern. Ja, kennt man vielleicht von anderen Leuten, anderen Streams, die man so gesehen hat. Dann steht da halt zum Beispiel, er hat der Du Noob gesagt. Ja, er hat irgendwie einen witzigen Satz gesagt. Und das kannst du dann hier quasi speichern und für die Nachwelt dokumentieren. Dann stehen hier diese Sachen nochmal drin, wenn ihr sowas möchtet. An der Development, da ist irgendwas unter Entwicklung. Es kommen ja, wie gesagt, neue Sachen hinzu. Wie gesagt, für mich ist dieses Spielgedöns, ich stehe da persönlich als Streamer überhaupt nicht drauf. Ich unterhalte meine Viewer auch so. Aber das ist halt, manches verlangen das oder wollen das und haben Spaß daran. Und ich mache da ja auch mal mit, ja, so ein, weiß ich nicht, wie nenne ich denn das jetzt mal. Ja, ein Spiel wie hier so eine, so ein Banküberfall, ja, finde ich auch mal ganz lustig, kann man ja mal machen. Oder sowas wie ein, so ein Roulette, ja, also wer das möchte, kann das ja gerne tun. Aber es ist halt eine Frage, was man da zur Zuschauerbindung nutzen möchte. Debug, ja, hier stehen nochmal so die letzten Serverbefehle drin. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr hier connected seid. Es steht irgendwo hier, es ist, welcome, good luck, have fun, ja, your host vom TMR Twitch. Das heißt, du bist irgendwie connected. Wenn mal was nicht geht, steht das hier quasi in dem Fehlerprotokoll mit drin. Das ist das. Notifications, ja, Notifications ist eine riesengroße Dokumentation, wo quasi alles erfasst wird. Ihr habt die Möglichkeit, hier rüber, alle möglichen Daten, alle möglichen Chat-Einträge, alle möglichen Meldungen. Wann hat euch jemand abonniert? Slashcom hat mich zum Beispiel am fünften abonniert als mein letzter Follower. Ja, wenn ihr mal euch vielleicht Elite Dangerous angucken möchtet oder StarCraft, dann könnt ihr mal vorbeigucken. Ja, das ist zum Beispiel ein Stream und dann kann ich hier auch gucken, was hat er mir geschrieben, was gab es hier für Meldungen, was wurde so im Chat gemacht. Ihr könnt hier alles angucken. Letzte Subs, letzte Follower. Es wird alles dokumentiert hier. Alles. An welchem Tag und so, das könnt ihr hier alles euch anzeigen lassen, was da passiert ist. Okay, das wollte ich hiermit nur nochmal zum Abschluss sagen. Das hatte ich vorhin schon erklärt. Ihr findet hier alles, was ihr sonst braucht in der Wiki, in der ganz normalen Hilfe. Alle Kommandos, alle Befehle, alles was man wissen muss, wie das mit dem Song geht, wie das mit dem Raffeln geht. Der Chat erklärt es euch auch immer, aber ihr könnt natürlich hier auch alles nochmal nachgucken. Wie gebe ich jetzt Leuten Punkten manuell, ja, Add Points und da muss man den Namen des Users dahinter schreiben und dann zum Beispiel eine Zahl. Fünf Punkte, zehn Punkte oder ich kann auch sagen, ich möchte allen Punkten, allen Leuten fünf Punkte geben. Dann mache ich halt Add, fünf und dann All zum Beispiel. Oder wie geht das mit dem Song Request? Wie geht das mit dem Highlight? Wie geht das jetzt, die Musik ist zu laut, ja, dann kann ich die Musik leiser machen. Wie geht das mit dem Raffeln? Alles, was ich hier erklären könnte, könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen. Alles ist möglich, alles ist einstellbar und es ist relativ simpel, wenn man das einmal verstanden hat, wie dieser Syntax, also wie dieser Befehl von diesen Kommandos hier funktioniert. Wenn ihr nicht weiterkommt, könnt ihr, wie gesagt, hier den Chat benutzen. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Hier haben sich jetzt zwei, drei Leute geholfen, indem sie sich da zum Beispiel den Link gepostet haben. Hier, wenn du wissen willst, was VIP Features sind vom DeepBot, dann musst du einfach mal hier draufklicken. Und fast alles, was der DeepBot kann, ist VIP und VIP kostet halt Geld. Und das kann halt eben auch, das sage ich jetzt vielleicht mal so als Schlusswort sein, nach der Beta auch Geld kosten. Wie viel, kann ich nicht sagen. Es können 10 Dollar sein, das können 15 Dollar sein, es können 5 Dollar sein oder vielleicht auch 20 Dollar. Wenn man das nicht bezahlt monatlich, dann gibt es diese Funktion nicht mehr. Heute ist das noch nicht so, aber nach der Beta kann das kommen. Und dann sind diese ganzen Funktionen, die man zum Beispiel als VIP nutzt, wir machen das jetzt mal, ich zeige euch das, ich drücke hier mal drauf. Diese ganzen Funktionen mit den Spielen, mit den Punkten etc., PP, mit den Notifications, das sind alles VIP-Startfunktionen, die momentan pro Monat in der Beta 5 Dollar oder mehr kosten. Ja, das kann man dann benutzen. Ihr nutzt jetzt die Beta, dann könnt ihr das auch benutzen. Ansonsten müsst ihr das, wie gesagt, dann kaufen. Wann das ist, kann ich nicht sagen. Ich gebe es nur zu bedenken bei diesem Bot. Alternativen zum DeepBot wären der AncBot. Das ist auch ein sehr mächtiges Tool, was das quasi genauso gut kann. Wer jetzt nicht diese ganzen Funktionalitäten braucht, kann sich andere Bots angucken, ob das jetzt der WiseBot ist. Ob es so klassische Sachen wie NightBot oder Mobot sind, der ModBot, der Ultimate TwitchBot. Es gibt genug Tools für Twitch, die ihr benutzen könnt. Was ihr verwenden möchtet, das ist euch, wie gesagt, freigestellt. Schaut rein und wägt halt vorher ab, ob ihr sagt, mir ist das so viel Geld wert, dieses Projekt zu unterstützen. Ich sage, der gute Mann hat hier eine Menge Zeit reingesteckt. Und das sieht wirklich gut aus. Und es bietet auch eine Menge Funktionalitäten. Und wenn ihr sagt, das möchte ich unterstützen, dann müsst ihr euch, wie gesagt, in der Forum registrieren, euch anmelden und könnt dann diese Features des DeepBots benutzen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr weder im Chat lösen könnt, noch in der deutschen Forums-Sektion hier beim DeepBot, dann schreibt sie unter das Video. Wenn ihr weitere spezielle Videos wollt, könnt ihr es auch kommentieren. Ansonsten sage ich erst mal Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich bin es, der Tofi. Ihr werdet von mir weitere Videos zu Hitbox, zu Twitch, zum Equipment von Livestreamer und Co. finden. Ich werde auch demnächst meine neue Website online bringen. Da werdet ihr auch noch mal weitere vertiefte Informationen dazu finden. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, entweder per Facebook, meiner Facebook-Seite, schreibt mich darüber an. Oder ihr schreibt es unter das Video, wobei hier Facebook eigentlich das Einfachste ist, weil das sehe ich dann sofort. Wenn ihr da irgendwas habt, dann nutzt meine Fanpage und schreibt mir eine Nachricht, so wie das hier heute jemand gemacht hat. Und dann weiß ich Bescheid und dann sage ich euch, wo ich euch da helfen kann. Und versuche das natürlich nach besten Möglichkeiten. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und schaltet ein, bleibt mir treu, gebt mir einen Daumen hoch oder ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss!